In einem Haus, weit abgelegen, irgendwo in Schweden, wohnt der alte Patterson. Und natürlich ich, sein Kater, Pindus. Nach Sven Nordquests weltberühmter Kinderbuchreihe. Patterson! Patterson! Der Fuchs, heute Nacht auch bei dir. Wir können schon auf unsere Hühner aufpassen. Das ist ja noch nicht mein ordentlich abgerichteter Jagdhund. Füchse muss man reinlegen. Dann brauchen wir ein Huhn. Wenn heute der Fuchs angeschlichen kommt, ist ihm der Appetit auf Hühner vergangen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Federn. Federn? Wo wollt ihr denn jetzt Federn herkriegen? Togel! Togel! Ole! Meinstens haben wir jede Menge Spaß zusammen. Patterson, ich bin ein Heil! Auch, wenn manchmal was schief geht. Pindus! Pindus, es gibt Sachen, die sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Du könntest ja auch mal stolz auf mich sein. Ich bin stolz auf dich. Patterson! Ulrich Nöten. Was ist das? Das ist eine Sprungfeder. Ich kann essen, was sie schwillen und werde nicht gekocht. Nur meine Kleider werden weniger. Marianne Segebrecht. Max Herbrechter. Und natürlich mit mir. Findus! Wusstest du eigentlich schon, dass ich dreimal im Jahrgeburtstag habe? Nein, Findus, auch du hast nur einmal im Jahrgeburtstag. Zweimal. Bitte! Na gut, zweimal. Ja! Patterson und Findus. Kleiner Quellgeist, große Freundschaft. Ab März 2014 im Kino. Los, raus aus den Federn!